Heute ein kurzer Clip aus gegebenem Anlass zum Thema Lichtsetzung. Wir haben vor zwei Wochen eine Live-Produktion gehabt mit einer Band, die wir 2018 schon mal aufgenommen hatten. Und da ist uns etwas aufgefallen, was ich euch jetzt kurz zeigen möchte. Dazu wechseln wir mal auf den Screen bei mir. Was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier vier Snapshots. Das hier ist 2018 gewesen und das hier ist 224. Selbe Location, selbe Einstellung ungefähr mit den Kameras und so weiter. Was fällt euch auf? Das hier, das sieht doch ziemlich cool aus. Im Gegensatz zu dem, was wir an Licht vom Veranstalter in diesem Jahr vorgefunden haben. Das Licht ist, was wir 2018 hatten. Schaut euch das mal an. Die Farbe ist hier anders. Es geht auf die Zuschauer rüber. Du hast eine gewisse Grundbeleuchtung auf der Bühne und trotzdem noch diese hellen Scheinwerfer hier. Die Leute haben einfach eine bessere Gesichtsfarbe. Letztendlich war bei der Produktion hier zu wenig Licht auf der Bühne. Wir haben viele dunkle Ecken, wie das hier, da hinten. Hier sieht man das Extrem bei der Saxophonistin, die angefangen hat, ihr Solo zu spielen. Da kommt das Licht von hinten, anstatt von vornen irgendwie einen Spot zu kriegen. So was in diese Richtung hier. Nur von vornen gab es einfach nichts. Wir konnten nur das nehmen, was wir vorgefunden haben. Zusammengefasst. Die Lichtsetzung ist das A und O. Sei es bei einer Produktion mit vielen bunten Lichtstimmungen oder auch bei einem Business-Interview mit einem Protagonisten, den man ins rechte Licht setzen muss. Und für alle diejenigen, die sich wundern, dass der Filmer immer so viel Licht mitbringt, das hat schon seinen Grund. Dann bis zum nächsten Mal.